Book 2 23 Fremdsprachen lernen Wo haben Sie Spanisch gelernt? Können Sie auch Portugiesisch? Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Ich kann sie gut verstehen. Aber Sprechen und Schreiben ist schwer. Ich mache noch viele Fehler. Viele Fehler. Bitte korrigieren Sie mich immer. Bitte korrigieren Sie mich immer. Ihre Aussprache ist ganz gut. Ihre Aussprache ist ganz gut. Sie haben einen kleinen Akzent. Sie haben einen kleinen Akzent. Man erkennt, woher Sie kommen. Man erkennt, woher Sie kommen. Was ist Ihre Muttersprache? Machen Sie einen Sprachkurs? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Mir fällt der Titel nicht ein. Mir fällt der Titel nicht ein. Ich habe das vergessen. Ich habe das vergessen. Ich habe das gelade. Ich habe das gelade. Und es wird hierzug...?